Dieser Renault Cartier Vorführwagen steht hier zum Verkauf. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 9000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2016. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachrailing, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe des sparsamen Diesels überträgt eine Leistung von 131 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017